Alter, das erste Mal ging's nicht mehr, ne, schon. Kannst du eigentlich irgendwann mal dieses... Ja, was ich für Zeugs hab? Kannst du eigentlich irgendwann mal dieses Haus hier weiterbauen, was immer das gleich nochmal werden sollte? Ja, kann ich gleich machen. Ja, cool. Ja. Alter, hab ich hier viel Rubberwood. Ach du Scheiße, hab ich viel Rubberwood. Ach du Scheiße. Nice, ne, ich weiß gar nicht, wie viel ich hier noch hab. Wie viel hab ich da eigentlich noch bei meinen Truhen? Komm auch mal, solange der Filler läuft da hinten. Alter, hast du viel Dreck. Cool, ne, deswegen sagt ich ja, ich glaub, das wird doch geschehen. Deal. Oh, da ist ja auch noch ganz viel geile Sachen drin. Warte hier auch noch, wo ich vorstehe, hier, komm mal da, da drin ist es noch. Boah, was geht hier noch? Boah, was geht hier noch? Du hast auch noch ganz immer wieder drin. Also, Holz hatte ich gar nicht so viel. Boah, ich. Boah. 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 Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht draufgehe, wenn ich hier so stehe, weil meine Quantum... Ich wollte grad sagen, meine Schuhe sind alle Bombs, meine Batterie alle, in real life die Batterie. Das lol. Und geht's, jawoll. Ich hab hier irgendwie ganz viele Batterien auf dem Schreibtisch liegen, damit ich immer... ...mal, dass ich weiterdingsen kann. Stell dir vor, ich campe gerade so bei Call of Duty. Sitze da so richtig, will grad drücken Maus alle. Da muss das ganz flott gehen. Ich glaub, das können viele nachvollziehen. Ja. Viele Call of Duty Zocker. Oder auf Battlefield, oder allgemein Leute, die nicht du sind. Oh, das wollte ich noch sagen. Ich hab ja letztens das Nitrado-Tutorial gemacht. Ähm, weißt du, was mir da aufgefallen ist? Man kann auf Nitrado ein GTA San Andreas Server hosten. Nein. Wie geil. Nur erstens weiß ich nicht, wenn wir das switchen, ob unsere Minecraft-Sachen dann verloren sind. Glaub ich nicht. Und zweitens, äh, weiß ich noch nicht, wie man das dann einrichtet. Und ich hab Angst, dass das sowieso nicht funktioniert. Aber ich hab da ganz gut, äh... Ich... Ja, cool. Hab da... Ja, dann machst du vorher Backups und so. Ja. Man, selbst wenn, dann lädt das Ganze eben nochmal hoch. Ja, wenn ich Backups gemacht hab, ja. Oh, oh. Ich hätte gerade so kurz so Zuckungen im Bein. Ganz als wenn das Bein auf einmal so zuckert. Nö. Jetzt hab ich ganz oft einmal sitze... Ohne Scheiß, das ist keine Lüge. Ich sitze da so am Esstisch. Esst gerade was. Auf einmal hab ich dieses Zucken im Bein und trete volle Kanne gegen den Tisch. Das hat voll weh getan. Aber ich hab das so, dass ich auf einmal mein Bein immer hoch und runter wippen muss. Du nimmst deinen Fuß so auf Zehenspitzen. Ja, ja, das... das haben richtig viele. Das ist... wenn man irgendwie so ein bisschen hibbelig nervös irgendwas davon... Ich find's LOL. Ja, genau. Ich kann das manchmal so richtig schnell wie so ein Plop von wie so ein Hase. Das coole ist, wenn du das ne Weile gemacht hast und das dann einfach nur stumpf weitergeht. Der macht das von alleine, ne? Ja. Das ist so lustig, ja. Ah. Don't you want a girlfriend who's not like me? Fuck me. Oh Gott. Weißt du, das kam mir jetzt gerade so richtig, äh, beängstigend rüber. Diese ganze, äh, so... Cool. Hundert nichts daran, dass das Niveau schon ein Stückchen gesunken ist, aber trotzdem ist das lustig. Ah, 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 ah. Übrigens, wenn du Dreck brauchst, dann kannst du hier gerne so viel abbauen, wie du willst, ne? Weil ich muss das sowieso wegsemmeln hier alles in, bis in Höhe 68. Lol, ist das hier geil. Ja, ja, mach ich. Alter, hier ist, oh. Bist du gerade? Gar nicht mal so weit weg. Ich bin bis hier nach Osten gegangen. Hier ist irgendwie so ein Wald mit Seen. Ja, da hatte ich auch gesehen, der ist cool, ne? Ja, hier bräuchte mein Haus, könnte jetzt alles mehr. Stopp. Ich weiß nicht, das ist hier zwar ganz cool, aber ich glaube, ich muss es töten. Mein, der ist so schön, dass ich den nicht tolerieren kann. Verstehst du? Indigoflowers. Ach, den Kabelstuhl muss ich dann auch wegsemmeln. Das wird ja lol. Eigentlich nicht. Hab ich... Nein, ich hab keinen Casher dabei, shit. Lol, lasst hier mal diesen Dschungel auch noch wegsemmeln. Der hier ist, hier kommt noch ein Dschungel. Wo? Hinter dem Wald. Oh, hoffentlich ist es nicht später, weil da hab ich was vorgehabt. Nee, der ist später 600 Blöcke von hier entfernt. Ja, das meine ich nicht. Warte, ich komm mal. Oder soll ich mich mal TP'n? Warte mal, nee, ist gar kein Dschungel. Schon gut. Ist gar kein Dschungel, das ist aber ein Schneewald. Ja, nee. Die Bäume hier sind irgendwie... Hier sind einige Riesenbäume und das ist einfach nur... Ha, gay aus, weißt du? Ah, das gay. Nein! Bug! Wieso? Was ist passiert? Der Block, der verschwunden ist, aber eigentlich noch da ist. Alter, ich komm so gut voran. Das ist so schön. Die Frage ist... So, ich hab die Kohle abgebaut. T slash T... Ah... TPX 0. T slash TPX 0. Hey, wie macht man das denn? TPX leer, Tasse 0. LOL! Das erste Mal ging es nicht mehr, ne, schon. Du hast bestimmt keine Leertaste gemacht. Doch, ich bin doch nicht blöd. Ich drück so eine Taste, ich halt so eine Taste gedrückt. Ich klau dir mal Indigo Flowers, ne? Nein! Alter, zu spät. Ist jetzt wirklich zu spät. Alter, hast du hier viele Blumen. Cool, ne? Aber lass die bitte alle stehen, weil ich werde die jetzt farben in der nächsten Zeit. Hä? 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 Ich klau dir die so... Das würde mich aggro machen. Nein, ich baue die gerade nur ab, damit die decayen. Alter! So. Achso, deine Bienen beschweren sich jetzt, weil keine Blumen mehr da sind. Ja, das wäre richtig gemein. Okay, jetzt klaue ich dir die Blumen, wenn du es willst. Alter! Ich bin lieber im Dschungel. Ich brauche Hilfe. Alles Kupfer und Dreck, den ihr Abbaus kannst du behalten. Ich komme. Warte, ich bin fast fertig. Ich habe fast alle Blumen von dir abgebaut. Puh! Das Problem ist, dass ich wieder so proppbevoll bin. Ich muss eben zu mir nach Hause rennen. Ja, mach das ganz in Ruhe. Hier ist noch so viel übrig. Ja, nein. Irgendwie nicht. Doch. Nein. Sag mal, ich stehe da schließlich. Da ist nichts. Wir reden da vom Schneebiom, oder? Nein. Oh. Ach, von Susanne und Barbara. Da ist noch ganz schön viel übrig. Ja, vor allem bei Hilly. Oh, Hilly, Hilly, Hilly. Oh, Mann. Oh, ich liebe es mit Spauern, nur die alten Folgen. Okay. Ist echt noch so viel übrig? Menge, ja. Dann kann ich ja auch erstmal meine Bienen nachgucken. Weil ich habe nur Pech, den warte ich da jetzt ganz hoffnlos. Nein! Was ist das denn für eine Zuckung? Ich schaue mich so straight nach oben mit Kabelstowns, plötzlich voll nach links gesprungen. Ich falle runter. Scheiße, ne? Ich weiß mal, wie es mir geht. Hilly, Hilly, Hilly. Wer ist das überhaupt? Äh, by the Wolf of Wall Street. Die E-Frau von Donny Azov. Ah, der alte Soft-Eumel. Soft-Eumel. Ja, Mensch, er hat sich gerade wieder ein Creeper gezündet. Ich kann das eben nicht ab. Vor allem, wenn du ganz viel SCP-Craft gezockt hast. Ne. Das Video war ja schon heftig. Da wirst du gar nicht wissen, wie das ist, wenn du zockst. Vor allem das Treppenhaus ist heftig. Hab' ich mir schon gedacht. Scheiße, nicht mehr viel Strom drauf. Vor allem, das Video war ja schon heftig. Da wirst du gar nicht erst wissen, wie das beim... Ach, ich kann dich nicht wiederholen. Das kann niemand. Natürlich, ich hab Slash und EP geschrieben. Ey, dieses Unze... Du. Nein, ich hab meine Quanten-Tub-Sachen vergessen. Stirb! Ne, 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 ne. Oh, gerade wollte ich die eine verpassen. Nein, ich bin einfach zu gut dazu. Ich muss es ja nur sagen, wie es ist. Es ist zu schlecht, um mich zu treffen. Ach so, ich glaub, du hast immer noch keinen Plan. Donny Azoft ist, ähm, der Bro, ähm, von, ähm, Jordan Belfort. Ah, der alte Saft. Und, ja, und die, ist, die, ähm, ich glaub, beste Freundin, also das, äh, das Girl, so von, äh, von, ähm, von, ähm, von, ähm, Jordans, ähm, Ehefrau. Die zweite Ehefrau. Stumm will ich, ich muss gleich abhauen und meine, äh, Red Zone Energy Cell neu aufladen. Stratton Oakmont, meine Fresse. Ganz genau. Das bin ich? Butters, das bin ich? Ja, der ist schon cool. Na, cool jetzt nicht, aber man kann gut über ihn lachen. Ja, die sind auch immer alle verarschen. Alter, ich hab immer noch nicht dieses Ember-Teil. Äh, ich hab in meiner Fantasie mir das schon richtig ausgemalt, dass dieses Ember-Bienen-Ding, äh, ist in meiner kranken Fantasie so, so grün. Stimmt das eigentlich? Was ist grün? Warte, nochmal, was? Obwohl, ne, ich will's gar nicht wissen. Die Überraschung ist bestimmt ein schöner Ember. Was für eine Biene? Ember. Ember? Ember? Die, die ich kriegen soll? Du meinst emsig, oder? Ja. Ember. Ember ist Englisch für, äh, Ja. Bernstein. Das ist Bernstein! Ach so! Sieht doch irgendwie so aus. Jetzt mag ich Ember. Boah, dieses Scheiß-Zeug ist doch FTV. Ja, jetzt find ich's cool. Bestimmt, dass das in Höhlen vorkommt und nicht am Meeresboden. Ja, gut, Höhlen wurden ja früher auch geflutet, aber... Das findet man eher so in Bergen, eigentlich. Bernstein am Strand, die Junge. Ich red jetzt von FTV. Ja, ja, und deswegen sag ich... Ach so, in Bergen? Ich hab das immer so gefunden. Ja, man findet das auch unterirdisch, aber die... Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du's in Bergen findest, ist größer. Ja, gut. Ich find das total dumm, dass das in Bergen und so... Gut, kann man auch, aber... Es ist eigentlich logischer, wenn man das am Meeresboden oder am Strand findet. Passiert mir da nix. Ach so, deswegen. Oh, bloß den Output ausstellen. Jetzt weiß ich, was das ist. Kohle! Wie geil ist das denn? Naja, da muss ich die Energy Cell jetzt erstmal laufen lassen. Dann muss ich hier irgendwie was machen gerade. So, und wo soll ich jetzt hier noch irgendwas dingsen? Alles, so lange, bis es alles in dieser Höhe ist, wie ich das gerade auch mache. Welche Höhe? Wenn du da drauf stehst, in Klammern 68. Was ist ne Klammer? Das Ding, was ich dir gleich auf Kapp werfe. Was ist mein Kopf? Minecraft? Mein Kopf? Mein Kopf? Mein Ruf? Ne, warte, wie hieß der nochmal, der Bruder da von Schäuble kommt? Moin, MoinCraft. Äh, das weiß ich auch nicht, aber ich hab Minecraft verstanden, als ich das... Ich hab auch immer Minecraft verstanden. Der hieß irgendwie so, MoinCraft, MoinCraft, MoinCraft. Ne. Nein, der heißt nicht mal. Ne, musst du mir das mal angucken. Mein Bruder, mein, Minecraft, ja. Mein Bruder, ja, keine Ahnung. Irgendwas sehr ähnliches. Ja. Der ist doch so ausgesprochen, verdammt. Obwohl jeder Minecraft unterschiedlich ausspricht. Manche, Minecraft, manche, mein, äh, ja, Minecraft, 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 Minecraft. Und manche, und manche, ich kann nicht lesen. Stumpf. Oh, ey, ich spiel mal Minecraft, Minecraft, ja, Minecraft, Minecraft, und Minecraft. So. Und meine Kraft, sagt Hannibal, aber die ist scheiße. Ich mag die. Ich nicht. Ach, jetzt fehlt auch wieder der Strom. Mann, ich... Ich glaub, ich baue mal ne zweite Energy Cell. Darf man das eigentlich jetzt YouTuber, andere YouTuber sagen, dass man die Scheiße findet? Oder ist das assig? Äh, das ist ein bisschen assig eigentlich. Also, du kannst ja schon deine Meinung sagen, aber, äh, man sollte schon ein bisschen konstruktiv bleiben. Okay, ähm... Ich finde sie nicht so gut, musst du sagen. Ich, ähm... Ich, ähm... Finde... Ihr Texture Pack, äh, wurde meiner Meinung nach, nach meinem Empfinden, etwas schnell zur Gewohnheit und schnell etwas langweilig. Aber gegen sie persönlich habe ich nichts, da ich sie ja natürlich auch nicht kenne. Und nach meinem Empfinden war einfach nur, meiner Meinung nach, jetzt Texture Pack, nach einer gewissen Zeit, nicht mehr so angenehm. Das hat mir mal gefallen. Was? Das, was du gerade gesagt hast, hat mir alles sogar gefallen. Ah. Ich hab nur wenige Leute. Also, im Uranstand könnte ich dreimal jetzt noch eine Atomkraft... Ich glaub, ich mach das jetzt mal eben. Warte. Ich hab wieder keine Enderperle bekommen. Alter. Du Cheater. Warum? Oh, scheiße, ich bin in ein Loch gefallen. Ich will jetzt hin. Bin ich jetzt behindert? 20. Was? So, jetzt. Ich geh mal eben zum Reaktor. Ich hab jetzt echt eine zweite Redstone Energy. Ich glaub, ich brauch gleich mal eine. Könnte nicht schaden. Dann kann ich immer eine aufladen, während die andere in Benutzung ist. Was dauert übelst ewig, wenn man eine aufgeladen hat. So, diesmal habe ich sechs Nier-Depleted bekommen. Das ist schon mal ganz gut. Ich sollte mir irgendwann mal die Zeit nehmen und diese ganzen Nier-Depleted-Isotop-Zellen machen und die dann alle re-enrichen. Meine hier ist ja schon ausgeleuchtet. Da gehe ich davon aus, dass du hier auch schon alle Erze abgebaut hast. Nicht unbedingt. Manchmal renne ich einfach schon vorbei. Da war ein Zinnblock. Da war ein Zinnblock, aber das muss jetzt auch nicht sein. Danach reiße ich mich jetzt nicht. So, dann kann ich das jetzt nämlich wieder anmachen, anmelken. Ich glaub, hier hast du gemint. In Höhe 44. Ich hab gemint? Selten, dass es kommt, aber okay. So, wieder rein. Du hast einfach nur stumpf gerade in eine Richtung gegraben. Kann dir auch auch sagen. Vielleicht hatte ich ja... Keine Ahnung, vielleicht wo denn ungefähr in welcher Höhe nochmal? 44. Achso, ne, das weiß ich nicht. Ah, du hast hier Eisen. Ah, nicht, dass du jetzt nur so eine Scheiße machst, sondern dass du auch ein bisschen hilfreich bist und da auch mal Dreck wegsemmelst oder Kabels, äh Stones wegbaust. Ich hab ja nicht mal eine Schaufel, was... wie stellst du dir das vor? Das war ja auch Sinn der Sache, dass du da hilfst und dafür auch mal ein paar Erze abgreifen kannst. Und die Dreck und alle. Ach so, okay. Weil ich brauch Hilfe, diese verdammte Fläche da zu begratigen. Dann nutzt doch deinen komischen Fäller. Ja, das ist ja das Problem. Ich lade gerade die Energy Cell auf und das dauert jetzt ein bisschen. Einti. Ach, jetzt geht das wieder los. Vier Electrum, ein Diamant, vier Hardenit Glass. Ich brauche zwei Obsidian-Staub oder Polarized Obsidian und Lead. Das heißt, ich brauche vier Obsidianen und zwei Lead. Oh, oh, ich schreck mich da nicht so. Vier Obsidianen, zwei Lead. Lässt du das jetzt mal? Alter. Maka. Bist du behindert? Lässt du das... Lässt du das jetzt mal? Ja, verpässt dich aus meinem Haus. Bist du hindert? Was wollte ich denn jetzt, Mann? Das bringt mich durcheinander. Obsidianen wollte ich und Lead. Alter, man kann hier übel zum Kreis rennen. Cool, ne? Alter, das ist verwirrt voll. Hihihi.